Wie sind Sie zufrieden mit unserem Land? Unserem Land? Mit allem! Mit allem! Weckli TV! Hallo! Hast du eine Schnauze? Bist du zufrieden mit unserem Land? Weiss ich, ich habe jetzt keine Probleme. Willst du darüber reden? Nein! Tschau! Merci! Weckli TV, dürfte ich euch eine Frage stellen? Wie seid ihr zufrieden mit unserem Land, mit der Schweiz? Mit der Schweiz? Ja, ausgezeichnet. Das ist doch nirgends schöner als das, oder? Wie bist du mit unserem Land? Sehr. Ich bin stolz auf unser Land. Ja, wir haben es wirklich wunderbar. Auch die Schulbildung, das denkst du sicher etwas Gutes in der Schweiz. Also politisch gesehen, oder einfach vom Aussehen her? Zeig dir das, was dir wichtig scheint. Ich finde es jetzt mal nicht schlecht, so wie es ist. Ja, es kann nicht besser sein, zum Teil. Aber es kann überall immer besser sein. Weckli TV! Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, wie zufrieden bist du mit unserem Land? Sehr, eigentlich. Ich bin halt frei bei einer dieser Glücklichen. Nein, sehr. Also super, ich bin jetzt gerade zurückgekommen von London. Und es geht der Vergleich ist wieder sauber, sauber als alles ist. Natur sowieso. Also eigentlich sehr zufrieden. Ich bin eigentlich auch sehr zufrieden mit unserem Land. Und äh, es gefällt mir. Äh, schöne Berge, schöne Natur. Gut. Und äh, ja. Doch, ich bin eigentlich zufrieden. Ich bin nicht so zufrieden mit unserem Land. Ähm. Ähm. Ich habe mir jetzt noch nichts so Gedanken darüber gemacht. Aber ich denke, verglichen mit anderen Ländern bin ich sehr zufrieden. Ja. Denkt ihr, dass unser Staat sich genug engagiert für die Bevölkerung? Zum Teil ja, zum Teil nein. Und natürlich auch darauf an, welche Bevölkerungsschicht das angesprochen wird. Also das Gefälle von Reich und Arm wird leider immer grösser. Der Mittelschicht wird, ähm, stirbt langsam aus. Und das finde ich sehr schade. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Land. Findest du, dass unser Staat genug engagiert in jeder Hinsicht? Ja, das ist nicht vom Staat abhängig. Das ist von jedem persönlich abhängig. Ich kann für alles jemand anderes verantwortlich machen. Also selber bei sich schauen. Nicht den Staat verantwortlich machen. Merci. Mäckli TV. Guten Tag. Grüße. Darf ich euch etwas fragen? Ja, bitte. Wie zufrieden seid ihr mit unserem Land? Mit meinem Land? Ja, leicht abwärts, ja. Geht es leicht abwärts? Ja. Ja, was? Ja, die Regierung, alles. Eben wir, oder wir Kleinen da. Pensionen. Ja, das wird auch gängig schneller. Ja. Luxus, ja. Können wir es gar nicht leisten. Ja, was bräuchte es denn? Revolution? Ja, es kommt ja, ja. Ja. Zwar vom Volk aus, oder? Die Volk ist unzufrieden. Wahrlesung, nicht mehr, oder? Die Frau hat nur noch im Sinn zu krampfen, oder? Was früher nicht geheissen, da Frau ist eine Gefährtin vom Mann ist vorbei, oder? Selbst... Soll ich sagen, selbstbewusst nicht. Der Alte soll zu Hause noch ein bisschen abwärts, und so. Ha? Die Koffe gibt mein Hort. Wenn sie noch da sind... Einfach ja, nicht mehr Zucht und Ordnung, aber ich bin ein alter Mann, oder? Ja, voll Tradition, oder? Danke vielmal. Adieu. 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 Wie zufrieden bist du mit unserem Land? Wie zufrieden, dass ich mit eurem, also unserem Land? Super, mal wunderbar eigentlich. Es gibt natürlich auf der einen oder anderen Seite wirtschaftlich gesehen böse Missstände, oder das auf jeden Fall. Aber es geht uns gut, wunderbar. Wir haben ja auch eine sehr hochständige Ausbildung. Also wenn wir die Schweiz Ausbildung absolviert hätten, dann kommt mir Welt sehr weit, oder? Das ist natürlich etwas Gutes, und... Ja, was soll ich sagen, ohne gerade ganz böse zu werden? Es gäbe schon Sachen. Es gäbe schon zwei gute Sachen. Ja, aber dann sagst du doch jetzt. Eins Beispiel. Eins Beispiel. Alsoful 2000 Einleiter anlässlich können wir genau darüber reden, ähm, die Gleichstellung von L'Homme, juga von Männern und Frauen. Und ihr habt es gehört vielleicht auch zu wo, bisschen bis zu 20%, Lohnunterschied zwischen Mann und Frau. Und das wäre eigentlich etwas, das in einer weitgebrachten Gesellschaft geregelt werden sollte, im Grunde genommen. Oder auch die eine oder andere Sozialleistung oder das Verhalten gegenüber Sandpapiers, Asylgesetz. Ja, das eine oder das andere, oder? Aber ich kann jetzt nicht sagen, scheisse, wir müssen alles kaputt schlagen, wir müssen alle umbringen. Also es braucht keine Revolution? Nein, aber eine Veränderung. Keine Revolution, aber eine Reform. Willst du eine Frage beantworten? Ja, ich bin gerne für den Abstand. Wie zufrieden bist du mit unserem Land? Gar nicht zufrieden. Ich finde, die Leute, die zu viel verdienen, à la Vasella und Ospel, die sollten wir einfach mal ein wenig holen, dass sie mal zur Vernunft kommen und nicht ihr Geld die ganze Zeit in ihre Taschen wirtschaften. Ich bin eigentlich gleicher Meinung, weil ja, unsere Wirtschaft ist am Boden. Die Krankenkassen werden gerne höher, aber die Reichen verdienen gerne mehr. Wir zahlen weniger Steuern. Für unsere Steuerpolitik. Ja, und die sollte endlich etwas mehr abgeben. Braucht es eine Revolution? Ich würde schon fast sagen. Arbeiteraufstand oder so etwas. Weil von alleine werden ein und nie und nimmer ihr Geld vorgegeben. Danke vielmal. Ja, es ist okay. Ciao. Kann ich euch eine Frage stellen? Ja, sicher. Wir sind von Weckli TV. Wir werden gerne wissen, seid ihr zufrieden mit unserem Land, mit der Schweiz? Ja, schon. Gibt es nichts auszusetzen. Was denkst du? Ja, teilweise. Ja, es ist noch easy, aber... Na gut. Ausser die SVP vielleicht. Ja, und Rassistenz. Ja, Rassistenz. So gefällt mir noch nicht. Ist es noch easy in der Schweiz? Ja, also Blocher weg würde ich sagen. Blocher weg? Wir sind politisch. Merci. Hallo, hallo. Sind Sie bereit? So schnell. Sind Sie bereit? Ja. Also, wie sind Sie zufrieden mit unserem Land? Mit unserem Land? Mit allem. Mit allem. Mit allem zufrieden? Ja, mit Menschen, mit Arbeit, mit... Einfach... Man weiss es nicht. Mit allem. Schweizerland. Schweizerland ist ein gutes Land. Schön. Frei. Grüne. Alles schön.